Was ist Nachhaltigkeit für mich eine Haltung, mit der ich auch dazu beitragen kann, dass wir der nachfolgenden Generation, ich zum Beispiel meinen Kindern, einen lebenswerten Planeten hinterlassen. Also wir sollten darauf achten, dass wir nicht mehr Bäume abholzen als nachgepflanzt werden. Das ist die ökologische Seite. Die wirtschaftliche Seite wäre, wir sollten nicht mehr Produkte herstellen, als überhaupt verwertet werden können. Und das Dritte ist, man sollte wirklich versuchen, im sozialen Bereich auch darauf zu achten, dass jeder Mensch, ich sag mal, einigermaßen gleichgestellt durchs Leben gehen kann. Ich bin irgendwie darauf gekommen, als ich wirklich das letzte Mal mein Haus umgebaut habe und dann neue Lampen eingesetzt wurden. und da habe ich gedacht, meine Güte, man muss sich auch über solche Dinge mal und über die Entsorgung von solchen Lampen Gedanken machen. Und dann hat man mir erzählt, von Fachs wegen, also die Handwerker, die da unterwegs waren und die Ahnung haben, die haben mir erzählt, wie Lampen heutzutage recycelt oder entsorgt werden. Und das habe ich nachdenklich gemacht und habe gesagt, da möchte ich ganz gerne mitmachen und meinen Beitrag dazu leisten. Es gibt so drei Dinge, die ich halt vermeiden möchte, um halt ein bisschen umweltbewusster durchs Leben zu gehen. Das eine ist in der Tat, so wenig Lebensmittel wie möglich wegwerfen. Das ist für mich das größte Übel auf der ganzen Welt. Da bin ich immer ganz hart angefasst, wenn ich das sehe, weil es noch so viel Armut und vor allen Dingen eben auch gerade in Afrika so viele Menschen gibt, die halt wirklich sehr gerne mehr zu essen hätten. Das zweite wäre, dass ich selber mir auch Mühe geben muss, in Zukunft ein bisschen weniger Auto zu fahren, vielleicht ein bisschen mehr Fahrrad fahren. Das ist auf alle Fälle umweltschonender, das ist ressourcenschonender und das wäre noch eine persönliche Maßnahme für mich. Und das dritte ist, sage ich ganz, ganz ehrlich, dass ich mir ab jetzt angewöhne, meine Lampen in solche Sammelboxen zu legen, was ich bisher auch nicht in jedem Fall getan habe und sie dann halt wirklich an einer Sammelstelle abgebe. Das sind drei Dinge, die ich in Zukunft sehr, sehr gerne beachten möchte.